Freie Platte räumen, bitte schön, Achtung, ready everybody, da geht es wieder los, da nehmen wir euch wieder mit hier, Achtung bitte, hinter die rote Sicherheitssiebe zurücktreten. So, hallo, Heilbronn, schön, dass ihr da seid, da seid ihr wieder richtig, da nehmen wir euch wieder mit hier, da seid ihr beim geilsten Teil gelandet hier. So, hallo, die Kasse freien, bitteschön, Jungs, einmal weitergehen bitte. So, ladies and gentlemen, an dieser Stelle, ja, frage ich mich natürlich, ob ihr ein bisschen schneller fahren wollt. Also, was ist das für eine Truppe an Bord hier? Ey, wollt ihr schneller, Heilbronn? Dann lasst ihr aber Spaß haben, hört es aber, holla, holla, holla. Da starten wir wieder zurück, da legen wir wieder los. Achtung bitte, heute, 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 Freaky Friday, wir starten durch. So, ladies and gentlemen, da, das war schon gar nicht so schlecht für einen Anfang. Das war gerade aber noch nicht alles, wir starten aber durch, wir legen richtig los. Jetzt haben wir, Freaky Friday, das starten wir ins Wochenende. Unser Lieblingstag, der Wolle, da geben wir los und lasst mal, richtig Spaß haben, ja, da nehmen wir noch mit. Jetzt checken wir gerade mal die Lage, wir machen mal eine klitzengleite Verschaustausel. Aber wenn ich mir das ganz genau anschaue, und ich hab's mir ganz genau angeschaut, ich lass doch noch keinen raus, ne, 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 da nehmen wir noch mit dir. Ihr seht noch viel so gut aus. Nie, das war das, was du auch Bon Kart. if you were so likely, dann Lars, gerne auch mit dir schon mal, wie sein Glückrin seitens sind immer wieder, wie sein Gefühl ist boundaries. So, Leute, wie schaut's denn aus bei euch? Geht's euch gut? Hallo, hallo, Heilbronn, ich hab gefragt, geht's euch gut? Dann nehmen wir noch ein bisschen, dann starten wir nochmal gleich, dann legen wir nochmal los. Schikade zur letzten Rundewegung. So, dann kommen wir an, so eigentlich ist an dieser Stelle ja schon Schluss, aber was soll da gar nichts? Für die Ladies, wenn wir da mal mit, dann starten wir nochmal durch in den letzten Rundewegung. Ja, jetzt aber alles oder nichts. So, bitte warten bis die Platte steht hinter der roten Sicherheitssiebne stehen bleiben. Hinter der roten Sicherheitssiebne stehen bleiben bis die Platte steht. Achtung bitte, wir landen vor sich bitte.